Und damit herzlich willkommen bei meinem Kasselbüro zum Wärtigen Mönch. Ich bin der mit dem A. Und heute nur ein kleines, ich nenne es mal, Ankündigungsvideo für mich. Ich möchte kurz zwei, drei Sachen durchgehen. Das erste, ich werde in Nachrichten und in meinen Streams immer wieder gefragt, wann denn der nächste Stream stattfindet. Wie gesagt, für März ist es angedacht, dass ich jeden Mittwoch und jeden Samstag streame. Mittwochs für zwei, drei Stündchen und Samstags immer bis Open End. Beginn ist jeweils um 20 Uhr und ja, eventuell. Ich werde Anfang des Monats immer so einen kleinen Streamplan aufstellen und den auf meinen Social Medias veröffentlichen. Nicht unbedingt jedes Mal ein YouTube-Video draus machen. Das ist heute eher so eine Art Zwischenvideo, da das normale Video nicht funktioniert. Ich weiß es auch nicht genau, keine Ahnung. Ja, wenn ihr heute Abend im Stream zusammen mit mir und unseren Grüppchen ein klein wenig farmen wollt, würde ich euch empfehlen, euch das Addon TSM bzw. Loot App Razor Challenge bzw. eigentlich nur Loot App Razor Challenge und die erforderlichen Addons dazu herunterzuladen. Eine Anleitung dazu, wie das Ganze funktioniert, findet ihr unten in der Videobeschreibung. Dann seid ihr dieses Mal auch ganz gut vorbereitet, wenn wir eine Challenge machen wollen. Und fangt nicht wieder fünf Minuten vor Challenge bingend damit an, den ganzen Kram herunterzuladen. Das dauert nämlich ein bisschen länger als fünf Minuten. Dies quasi nur als kleines Infovideo von mir für nebenbei. Wenn ihr Lust habt, sehen wir uns heute Abend im Stream und ich persönlich würde sagen, ich melde mich wieder, wenn ich etwas Neues für euch habe. Wir sehen bzw. hören uns. Bis dann. Bis dann.